hey leute was geht ich bin danni und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute spielen wir wieder mal bro kevin und zeige euch die drei also eigentlichen zwei secrets die ihr vielleicht noch nicht kennt und dann ja mal sehen und ich zeige euch noch was vielleicht für die leute das ist nicht mein skin ja jetzt ist er geladen der erste ist hier sogar beim berg ich kenne mich an alle ich kenne es gibt noch eins beim krankenhaus werde ich gleich zeigen und bei der bank gibt es einen geheimen ausgang den kennt ihr bestimmt aber schaut mal hier geht so einem berg rein ja naja was euch wert hier nicht laufen und ich möchte auch so längere videos auch bringen und es wird auch keine live gehen oh mein gott wie verrückt ich hoffe der verfolgt mich jetzt nicht dann gehen wir direkt zum zweiten secret und das besser das befindet sich auf der einen seite des krankenhauses und dann könnt ihr solltet ihr problemlos rauf das schaff ich verspreche ecke na ja ich gibt es nämlich so ein kaputtes herz und dann kommt man hier in so eine secret base und wenn man hier unten geht es auch so durch ber Ikke naja nach Emmy Vielen Dank.